Mein Lieblingsgericht ist natürlich die Currywurst-Pommes-Mayo. Mein Job ist besonders. Ich bin die Verkaufsleitung. Ich bin für alle Kyrikus da. Und ich liebe es, durch alle Kyrikus zu reisen und zu arbeiten. Machst du mal ein Pommes rein, bitte? Einfach hau mal ein Portal rein. Ist egal. Alle hier essen? Läuft. Chef spült persönlich. Fürstchen? So, Nummer 4. Ich darf es dir schmecken, ja? Dann frage ich euch gleich, wie man die Pommes dazubuchen kann bei der Online-Bestellung. Wenn die nachbestellen. Und der Klassiker läuft bei uns. Currywurst. Ich arbeite seit drei Jahren für das Kyriku. Und ich wünsche mir hier, dass dieses Kyriku in Uedem der absolute Burner wird. 질문 ich kindela. Fürstchen? B. Buika. B eat while Förstchen?